Was ist das, was Sie da anführen? Ross und Reiter weisen detailliert auf politische, wirtschaftliche und auch wirtschaftswissenschaftliche Netzwerke und Interessen hin. Um welche Interessenverflechtungen handelt es sich und wer sind die beteiligten Akteure? Also wenn es zu hart wäre, damit will ich mal anfangen, dann hätte ich eine Fülle von Klagen auf den Hals bekommen. Denn ich sage wirklich, wer wo die Hand aufhält oder wer sich Wissenschaftler nennt und nicht abhängig ist. Das wiederhole ich auch gerne. Also Bert Rürup, Meinhard Miegel, Hans-Werner Sinn, Bernd Raffelhüschen. Alle vier sind für den Finanzdienstleister MLP tätig. Raffelhüschen sitzt in einem Aufsichtsrat einer Versicherungsgesellschaft. Professor für Wirtschaftswissenschaften in Freiburg. Professor für Wirtschaftswissenschaften und man kann, wenn man jetzt etwas bösartig sagen würde, dann würde man sagen, alle diese Herren nutzen ihren Professorentitel und die Tatsache, dass sie an einer Universität arbeiten, dazu, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten. Ansonsten arbeiten sie wesentlich für die Finanzindustrie und für Interessengruppen. Auch für Sinn gilt das. Der ist im Aufsichtsrat der Hypo-Vereinsbank. Und das muss man einfach mal wissen. Und was eben in Deutschland sehr eigenartig ist, ist, dass das nicht gewusst wird und dass darüber auch nicht informiert wird. Und auch in Talkshows die Gäste nicht entsprechend vorgestellt werden. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn in der Christiansen-Sendung der Herr Raffelhüschen vorgestellt würde als Vertreter der deutschen Versicherungswirtschaft, dann würde ich ja nicht mehr kritisieren, sondern würde sagen, dann ist das alles okay. Dann können die Leute das entsprechend einordnen, die Zuschauer. So haben sie aber den Eindruck, etwa bei Meinhard Miegel handelt es sich um einen Wissenschaftler, einen Unabhängigen und nicht einen, der seit Jahren die Interessen der Versicherungswirtschaft vertritt. Aber was ist so schlimm daran, wenn Bert Rürup, Vorsitzender des Sachverständigenrats, als Nebentätigkeit einen Vortrag hält bei einem Finanzdienstleister? Doch, dafür kriegt er wahnsinnig viel Geld. Und es ist auch deshalb schlimm, in diesem Fall wie bei Raffelhüschen auch besonders schlimm, weil beide Mitglieder der sogenannten Rürup-Kommission waren. Rürup natürlich der Vorsitzende davon. Und in dieser Kommission wurden auch Gesetzesänderungen vorgeschlagen, wie das Alterseinkünftegesetz, die dann wiederum der Versicherungswirtschaft helfen, ihre Produkte besonders gut zu verkaufen. Oder nehmen wir die Riester-Rente. Das ist ja da auch in diesen Zirkeln mitentwickelt worden. Die Riester-Rente ist ja eingeführt unter dem großen Etikett mehr Eigenverantwortung. Tatsächlich wird das vom Staat subventioniert. Wir zahlen Milliarden inzwischen. Und zwar auch Leute, die ganz arm sind, die wenig verdienen, die sich keine Riester-Rente leisten können, zahlen mit ihrer Mehrwertsteuer oder Lohnsteuer dafür, dass andere einen Förderbetrag bekommen, um für ihre Altersvorsorge zu sorgen. Das heißt, es ist die Unterschicht, wenn Sie so wollen, die untere Einkommensschicht zahlt den Mittelschichten ihre zusätzliche Altersvorsorge. Und das ist von diesen Herren Professoren eingetütet worden und beraten worden. Ich finde es so skandalös. Das lässt mich eben nicht kalt. Andere lässt das wirklich kalt. Und da kann ich nur sagen, in welcher Welt leben die. Es ist in der Tat eine Subvention der Einkommen der Versicherungswirtschaft. Man kann sagen, mit dieser Subvention wird es so sagen, dass die überhohen Vertriebskosten der Versicherungswirtschaft und die Gewinne werden finanziert. Man kann aber auch sagen, es ist eine Subvention der Gutverdienenden durch die Schlechtverdienenden. Und das ist auch unerträglich, finde ich. Oder nebenbei einen anderen Fall, den ich hier einfach dokumentiere. Helmut Kohl und Schwartz Schilling und andere haben 1982 folgende, dann beginnend 1984, unser bis dahin einigermaßen gutes Mediensystem, nämlich mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zerstört und dem jetzt dann also kommerzielle Anstalten kommen. Und dann hat man zufällig zwölf Jahre oder 13 Jahre später gehört, dass einer der Profiteure, nämlich Leo Kirch, Beraterverträge mit der ganzen Gruppe von Involvierten hatten. Also da wurde die Leistung, die politische Leistung zugunsten von Privatpersonen, und da geht es um Millionen. Bertelsmann, RTL hat jetzt wieder einen Gewinn von über 400 Millionen pro Jahr gemacht, der zweite Profiteur. Die haben eine Entscheidung getroffen und dann hinterher werden sie für diese Entscheidung entgolden. Das wissen die meisten Leute nicht. Und das, finde ich, ist eine wichtige demokratische Aufgabe, das unter die Leute zu bringen. Und wenn mich dann jemand hart nennt, dann kann ich nur zurückfragen, wo ist der nun wieder involviert. Auf das Beispiel mit der Riester-Rente und der damit verbundenen Diskussion um die Rentenkrise, möchte ich es mal salopp formulieren, kommen wir gleich noch. In dem Zusammenhang ist es aber auch interessant. Und vielleicht ist das noch ein Beispiel, das Sie jetzt bewerten könnten. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung im Internet mal gesurft, bin gelandet bei einer Seite, bei einem Forum demografischer Wandel des Bundespräsidenten, habe dort den Bundesadler gesehen und bin auf dieses Forum demografischer Wandel des Bundespräsidenten gestoßen und bekam gleich mitgeteilt, dass sich das hier um eine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung handelt. Wenn man in Impressum guckt, findet man dann aber den Hinweis, dass diese ganze Seite, dieses gesamte Internetangebot des Bundespräsidenten herausgegeben wird von der Bertelsmann Stiftung. Wie bewerten Sie das? Das ist in vielerlei Hinsicht ein Verderben aller guten Sitten. Also dass ein Staatsoberhaupt, ein Forum sich bezahlen lässt von einer Stiftung, die ja gar keine Stiftung im engeren Sinne ist, sondern das ist deshalb eine Stiftung, damit wir als Steuerzahler von Bertelsmann keine Steuern kriegen. Die beteiligen sich nicht an dem Zahlen von Steuern, das ist der eigentliche Grund. Tatsächlich ist das die Unternehmensleitung der Bertelsmann AG. Die Bertelsmann Stiftung. Und soll nicht so tun, als seien sie eine Stiftung. Die tun auch was Gutes, okay. Aber dieses hier ist eine Verfilzung von Politik und privaten Interesse, die aus meiner Sicht dem demokratischen Anstand widerspricht. Und wenn ich Bundespräsident wäre oder wenn ich es ihm zu raten hätte, dann würde ich eine solche Vermischung nicht machen. Im Grundredenfall ist es wirklich besonders schlimm, weil die Bertelsmann Stiftung inzwischen zu einer Art von Sonderregierung der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Da die viel Geld haben, ich habe das erwähnt, jedes Jahr 480 Millionen Euro alleine von RTL. Da sind ja noch nicht die anderen Beteiligungen von Bertelsmann mit dabei. Mit diesem vielen Geld können sie natürlich wahnsinnig viel machen. Und da können sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Und sie beeinflussen sie eben in dem Sinne dessen, was dieser Konzern und sein oberster Boss Reinhard Mohn an Vorstellungen haben zur Gestaltung dieser Gesellschaft. Und das heißt Entstaatlichung, das heißt Privatvorsorge statt der gesetzlichen Rente. Das heißt Entsolidarisierung unserer Gesellschaft auch im Universitätsbereich. Richtige Gesetze wie etwa in Nordrhein-Westfalen, das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz. Dieser Begriff ist schon alleine so, dass es einem die Schuhe auszieht, weil das ist Orwell-Prognose. Das ist eine Art von Gehirnwäsche, die schon im Wort liegt. Hochschulfreiheitsgesetz. Tatsächlich werden die Hochschulen über solche Gesetze an die Wirtschaft ausgeliefert. Ein wirklich unerträglicher Zustand. Und das macht alles die Bertelsmann Stiftung, in diesem Fall mit ihrer Unterorganisation CAE. Sie hat in München ein Institut, das heißt CAP, Zentrum für Angewandte Politikforschung. Dort wird im Wesentlichen oder unter anderem darüber gearbeitet, wo wir noch überall in der Welt militärisch intervenieren sollten. Ganz viele also in diesem Bereich geschieht auch über solche Bertelsmann Institutionen und Gelder. Und nun herzugehen und als Bundespräsident mit einer solchen Institution zu arbeiten, heißt ja auch, dass man deren Glaubwürdigkeit erhöht. Dass man sie absegnet. Und das finde ich besonders schlimm. Die haben sozusagen den obersten Schutz unseres Staates. Und sie jemand wie ich oder jemand anders, der daran herumkritisiert, der wird dann als der kleine Kleffer vermutlich beiseite getan. Weil das eben die oberste Spitze des Staates ist, obwohl es dringend nötig wäre, gerade es wäre dringend im Interesse des deutschen Mittelstandes und der Arbeitnehmerschaft, dass man an diese Institution herangeht, weil sie eben undemokratisch ist. Ich sage das zusammengefasst, Bertelsmann ist eine antidemokratische Einrichtung. Sie sagten, man wird als kleiner Kleffer tituliert oder als Ihnen auch schon passiert, das ja sehr belebt, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ja, das ist ein besonders schöner Vorwurf und da kann ich nur sagen, was wir heute erleben in diesem Bereich, im Bereich des Einflusses auf die Politik über die Beeinflussung der öffentlichen Meinung an Gehirnwäsche zugunsten privater Interessen, das ist schlimmer, als es sich jeder Verschwörungstheoretiker ausdenken könnte. Und die Demografie-Debatte ist mit das beste Beispiel dafür. Ja, dann bleiben wir mal bei dieser Debatte und die Fakten scheinen klar zu sein. Wir werden immer weniger, wir werden immer älter und der Generationenvertrag trägt nicht mehr, deswegen ist private Vorsorge geboten. Nahezu nichts stimmt an dieser Behauptung. Es stimmt natürlich, dass wir vermutlich etwas weniger werden, aber dann muss man doch mal die Relation sehen. Wir haben heute 82,4 Millionen Menschen in Deutschland leben. Wir waren 1950 ungefähr 68 in Gesamtdeutschland, Ost und West, Millionen und werden nach der mittleren Prognose, der mittleren Modellrechnung im Jahre 2050 75 Millionen sein, also sieben Millionen mehr als 1950. Was ist denn da schrumpfen? Das ist doch schrumpfen, orientiert sich doch nur an einer Spitze, die man als Spitze schon dann heranerkennt, wenn man mal endlich fragt, wie dicht wir bevölkert sind hier in Deutschland. In Deutschland leben 231 Menschen auf dem Quadratkilometer, in Frankreich sind es 111 oder inzwischen 108. Die haben also weniger als die Hälfte auf dem Quadratkilometer. Und Schweden hat noch viel weniger. Schweden hat 9 Millionen Menschen und Schweden steht ja wohl ökonomisch besser da als wir. Das müsste einem doch schon zu denken geben, dass offenbar das Wohlergehen eines Volkes nicht davon abhängt, wie viele auf einem Haufen sitzen. Dass man dennoch aus dem Schrumpfen unserer Bevölkerung hier ein Thema machen kann, zeigt die ganze, ich sag nochmal, zeigt wie kindisch diese Leute sind, die das propagieren. Und an der Spitze schon kindisch. Vor 30 Jahren gab es eine ähnliche Debatte, die Sie noch gut in Erinnerung haben dürfen, nämlich dass Deutschland schrumpft. Ja, dass wir aussterben. Die Deutschen sterben aus. Ja, und dann hat man vorgeschlagen, dass 2000 Mark gezahlt werden sollen für jedes neu geborene Kind. Das war sozusagen eine Prämie fürs Kinderzeugen und Gebären. Und wir haben damals dem Bundeskanzler Schmidt gesagt, wenn man sowas macht, dann muss man auch überlegen, wie man die Kinder dann im weiteren Verlauf ihres Großwerdens begleitet. Nämlich Kindergeld und Förderung zur Ausbildung und so weiter. Und solange man das nicht geklärt hat, kann man so etwas nicht machen, kann die Leute nicht verleiten dazu. Zumal es Unsinn ist. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Weltbevölkerung explodiert. Und in einer solchen Situation, wo wir froh sind, dass die Chinesen eine Geburtenkontrolle haben, da fangen wir nun an mit einer sogenannten pronatalen Politik. Das heißt, wir geben Geld aus, damit mehr geboren werden. Das ist doch sowas von jenseits jeder Rationalität, um nicht zu sagen bescheuert, dass ich das nicht mehr begreife. Dann das nächste, wir werden älter, wird er dann behauptet. Das stimmt ja, aber wir sind im letzten Jahrhundert 30 Jahre älter geworden. Da ist die Lebenserwartung um 30 Jahre gestiegen. Und jetzt steigt sie bis zum Jahre 2050 zwischen sechs und acht Jahren. Und was ist denn schlimm daran? Sie sehen schon an dem Gebrauch der Begriffe, denn ein Begriff, der gebraucht wird, ohne ihn in Anführungen und Abführungen zu setzen, heißt Verkreisung. Unser Volk verkreist. Da sehen Sie schon, welche Menschenverachtung darin steckt. Man nennt die ältere Generation nur noch die Kreise, die Verkreisten, Verkreiste. Übrigens, es muss auch nicht stimmen, dass wir immer älter werden. Neulich habe ich eine Statistik gesehen, die besagt, dass wir unter Umständen mit einer geringer werdenden Lebenserwartung... Also wenn die Klimaveränderung so massiv ist, wenn die ökologische Belastung sehr groß ist, dann kann auch sein, dass wir gewaltige gesundheitliche Probleme kriegen. Aber das andere ist doch auch schlimm, dass amtlich sozusagen den alten Menschen ein Etikett angeheftet wird. Sie sehen schon an mir, wie unberechtigt es ist. Ich werde demnächst 69 Jahre alt und ich bin voll aktiv. Was soll denn das? Das ist doch... Da stimmt alles hinten und vorne nicht in dieser Debatte. Es ist instrumentalisiert, weil es um 16 Milliarden für die Versicherungswirtschaft geht pro Jahr. Wenn die nur 10 Prozent von der gesetzlichen Rente rüberholen auf ihre Mühlen, dann haben sie einen Umsatzzuwachs von 60 Milliarden. Dafür kann ich Politiker kaufen, Wissenschaftler kaufen, Institute gründen, denen da hinstellen und so weiter und so fort. Und ich kann Journalisten begöschen. Das kann ich alles machen mit diesem vielen Geld, was da in die eigenen Taschen kommt. Und ich kann ein ganzes wichtiges System, nämlich die gesetzliche Rente, zerstören, die wir eigentlich noch brauchen. Denn es bestehen noch viele Anwartschaften darauf. Da sehen wir auch, wie unverantwortlich die Politik ist, wenn sie das zulässt, was heute geschieht.